Du hast letzte Saison alles richtig gemacht. Das hat dir einige Optionen eröffnet. Razor Motorsport hat dir ein Angebot gemacht. Er ist zur Zeit gut in Form. Wir wollen vor ihm landen. Sie ist im Moment gut in Form. Landen wir vor hier. Wir sind hier heute beim ersten. Du hast Startplatz 16 und unser zweiter Wagen geht vom 13. Startplatz ins Rennen. Du musst am Ende der Saison mindestens auf Rang 10 der Fahrerwertung stehen. Säge voit es zu sind. Ja! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Du musst ein paar Plätze gut machen, um die Zielvorgabe zu erfüllen Deine Heckreifen sind mittelmäßig abgefahren Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir brauchen im Ziel eine bessere Position, häng dich ein Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wetterzeitung ist weiter nach nur noch wenige Sekunden. Vor dir liegt eine Menge Arbeit. Du brauchst jetzt ein richtig gutes Finish. Im Moment stehen wir in dieser Meisterschaft auf Hang 7.